Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut, ihr seid alle gut in den neuen Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 20.400 US-Dollar, wir haben es wieder über die wichtige Marke von 20.000 US-Dollar geschafft. Trotzdem haben wir wenig Handelsvolumen, klar lag daran, USA hatten gestern geschlossen, heute wiederum geöffnet. Futures waren bisher einigermaßen positiv, also wir hoffen auf einen positiven Handelsstart in den Dienstag heute Nachmittag. Schauen wir mal, was bis dahin passiert, ansonsten bevor wir jetzt durchstarten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und wenn ihr Bock habt, klickt auf die Glocke. Soviel dazu, wir starten momentan wie gesagt bei ungefähr 20.400 US-Dollar, ihr seht hier wieder einen kleineren Pump bekommen, wir haben es über den Weekly Pivot mittlerweile geschafft, haben sogar eine Bestätigung gesehen und sind jetzt auf über dem 0,5er Fibonacci Retracement Level. Trotzdem ist auf den kleineren Timeframes, dafür gehen wir mal ganz kurz in den 1-Stunden-Chart, sehr, sehr wenig Handelsvolumen drin. Also wir haben auch schon eine kleine Bearish Divergence, wir haben abfallendes Volumen, möchten wir natürlich auf dem Weg nach oben nicht sehen. Trotzdem haben wir noch etwas Luft, um jetzt wieder auf den 4-Stunden-Chart zu kommen, in Richtung des Golden Pockets bei ungefähr 20.600 bis ungefähr 20.800 US-Dollar. Also das ist so momentan die Zielmarke, die ich auf jeden Fall im Auge habe. Direkt darüber liegt natürlich noch dieser Wig, über den wir schon mal gesprochen haben, plus die 4-Stunden-Supply-Zone, die wir hier auch noch liegen haben. Also ich sage mal so, wir haben auf jeden Fall im Laufe des Tages heute Potenzial zwischen 20.700 bis knapp 20.900 US-Dollar. Das ist so die Zielmarke, die ich mir heute für den Tag gesetzt habe, aufgrund dieses großen Wigs, wo viel, viel Volumen reinkam in den Markt. Das heißt, hier liegen viele, viele Short-Positionen mittlerweile drin. Die können wir uns fischen, indem wir knapp auf 21.000 US-Dollar hochgehen und dann wirklich nochmal eine kleine Trendwende hinlegen, beziehungsweise nochmal eine kleine Korrektur bis in den Bereich von 19.500 US-Dollar. Ob wir wirklich nochmal in den Bereich der 19.000 US-Dollar kommen, wage ich momentan ein bisschen zu bezweifeln. Aber hier unten liegt unser nächster Support, also so die 19.400 bis 19.800 US-Dollar. Das wäre dann die nächste Zielzone. Um eine mögliche Long-Position aufzubauen, müssen wir dann auf jeden Fall im Blick behalten. Wenn irgendwas ist, werde ich euch natürlich in der Telegram-Gruppe auf den Laufenden halten, aber das ist so jetzt momentan das Ziel, was ich für einen Tag gesetzt habe. Von hier aus sollten wir dann zumindest einen Bounce wieder sehen, wieder in die Region nach oben, um dann wirklich ein höheres Hoch zu bilden, damit wir wirklich mal hier einen schönen Abtrend bilden könnten. Wichtig ist natürlich auch, was machen die Märkte in den USA? Schaffen wir es überhaupt in der Zeit, wenn die Märkte dann hochgehen, wirklich in diesem Bereich? Müssen wir dann schauen, plus das Volumen ist extrem, extrem wichtig und das haben wir in den letzten Tagen überhaupt nicht mehr im Markt. Klar, wir haben jetzt hier eine schöne, in Anführungszeichen, Bodenbildung gesehen, aber auch hier überhaupt kein Volumen drin. Der RSI ist relativ hoch, vor allem auf dem 4-Stunden-Chart. Auf dem 1-Stunden-Chart, um jetzt nochmal auf die kleineren Timeframes zu kommen, wie gesagt, eine kleine Bearish Divergence plus der RSI deutlich, deutlich übergekauft mittlerweile. Deswegen fraglich auf den kleineren Timeframes, ob wir es überhaupt so weit hoch schaffen oder gleich die Trendwende nach unten hinkriegen. Dann ist aber meines Erachtens das Potenzial höher, die 19.000 US-Dollar zu sehen. Schaffen wir es hingegen noch ein bisschen weiter zu pumpen, wirklich in die Region um 21k, dann ist der potenzielle Boden bei ungefähr 19.400, 19.700 US-Dollar. Müssen wir jetzt mal wirklich im Laufe des Tages beobachten. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir dann einen Bounce kriegen mit ordentlich Volumen, also hier wirklich mal eine Trendwende hinlegen, ein höheres Hoch dann bilden und einen Abtrendkanal. Und dann halte ich auch für möglich, dass wir im Laufe vielleicht dieser Woche sogar noch die 23k sehen. Möchte ich jetzt aber noch nicht, sag ich mal, blind unterschreiben, wie man so schön sagt. Wichtig, was wir uns auch mal ganz kurz angucken könnten, sind die Weekly Peavots bzw. die Monthly Peavots. Die haben wir uns diesen Monat noch gar nicht angeguckt. Schauen wir uns auch gerne mal an, hier sieht man es ganz gut. 23.148 US-Dollar, hier liegt der Monthly Peavot momentan. Passt dann auch ganz gut so zu dieser Zone, die wir schon des Öfteren darüber gesprochen haben. 23.24.000 US-Dollar nach unten hin hingegen bei 14.335 US-Dollar. Ob wir die Marke sehen, wage ich momentan wirklich zu bezweifeln. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir die 17.000 US-Dollar auf jeden Fall nochmal sehen könnten. Ob wir dann wirklich in den Bereich von 14.000 US-Dollar fallen, ganz ehrlich, da bräuchten wir dann deutlich, deutlich bearischer in den News. Dann eher, dass wir wirklich den Bereich um 23.100 US-Dollar anlaufen. Würde dann zumindest mal kurzfristig ein höheres Hoch bedeuten. Heißt, wir haben dann erstmal den Downtrend durchbrochen. Und was man auch noch dazu sagen muss, wir hätten weiterhin hier dieses schöne W-Pattern. Ich zeichne es euch mal ganz kurz ein, also was heißt schön. Aber es besteht die Möglichkeit, dass wir das dann wirklich ausbilden würden. Hier oben nochmal ein Retracement kriegen, bis in den Bereich von 21.000, 21.600. Und dann vielleicht ein mögliches Szenario nach oben hin starten. Würde dann auch ein Preisziel von ungefähr 26.000, 27.000 US-Dollar bedeuten. Passt dann auch zum 2618er Fibonacci Retracement Level, auch hier oben schön. Plus die 4-Stunden-Supply-Zone, die dann hier oben auch noch liegt. Also ihr seht, hier oben kommt dann schon ordentlich, ordentlich Confluence zusammen, wenn wir wirklich diesen doppelten Boden ausbilden würden, wenn wir wirklich die 23.000 US-Dollar durchbrechen würden. Aber wie gesagt, das ist wirklich jetzt erstmal Zukunftsmelodie. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das jetzt heute oder morgen auf jeden Fall durchbrechen werden. Wir müssen jetzt wirklich Step-by-Step gehen. Und dann ist das erste Ziel wirklich die 21k mit einem kleinen Retracement nach unten, bevor wir dann wirklich die 23k angreifen könnten und wirklich über den doppelten Boden sprechen können. So, jetzt genug gequatscht über Bitcoin. Schauen wir uns Ethereum an. Auch hier wirklich das gleiche Spiel. Wir haben bei Ethereum gestern darüber geredet, dass so ein Szenario möglich ist, dass wir nach oben ballern. Wir haben jetzt die ersten Widerstandszonen rausgenommen, Nummer 1 und Nummer 2. Konsolidieren jetzt momentan, aber auch hier mal ganz kurz zur Kontrolle. Fibonacci Retracement Level ziehen. Da sehen wir auch, dass wir jetzt langsam in den Bereich des Golden Pockets kommen, so wie bei Bitcoin. Also auch hier jetzt langsam ein bisschen mit Vorsicht agieren. Short würde ich zum Beispiel aber momentan hier nicht gehen, weil wir noch ein kleines Void haben auf den kleineren Timeframes. Das heißt, wir könnten hier schnell durchbrettern bis zum 0,786er. Das wäre dann eher so eine kleine Short Opportunity, wo ich sagen würde, okay, hier lohnt sich vielleicht ein Long kurz vor dem 0,786er. Aufgrund dieser 4 Stunden Supply Zone, die bei ungefähr 1200 US-Dollar beginnt und ungefähr bis 1200, ich sage jetzt mal 30 US-Dollar geht. Immer noch ein bisschen höher legen, vielleicht noch über diesen kleinen Wig müssen wir mal schauen, aber das wäre so die nächste Short Opportunity. Ansonsten verhält sich Ethereum 1 zu 1 für Bitcoin. Kein Volumen im Markt, keine wirkliche Pump-Garantie und der RSI deutlich, deutlich übergekauft. So, dann XRP, gleiches Spiel, wir sind hier noch nicht unten in die Zone reingekommen. Auch hier werden wir uns mal ganz kurz das FIP-Level dazunehmen, einfach mal um hier ein bisschen zu gucken, wie viel Potenzial wir noch nach oben hin haben. Hier haben wir gerade mal das 0,236er überwunden. Also hier ist die Chance noch höher, dass wir wirklich noch dieses Szenario sehen und wirklich nochmal in den Bereich von 0,30 US-Dollar gehen. Aufgrund dessen, Bitcoin, Ethereum haben oder kommen langsam in den Widerstandsbereich, wo man sagt, okay, Retracement nach unten hin. Deswegen, dass XRP jetzt hoch ballert, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Deswegen lassen wir jetzt erstmal dieses Szenario drin, dass wir erst nochmal runtergehen, nochmal einen Boden antesten, bevor wir dann vielleicht möglicherweise das Golden Pocket antesten. Dann wurde sich gewünscht Polkadot. Also gerne Leute, schreibt unten eure Altcoin-Wünsche rein, die wir im Laufe der Woche dann besprechen sollten oder besprechen möchten. Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Heute schauen wir uns Polkadot und Algorand noch an, weil sich das gestern noch gewünscht wurde. So, Polkadot, wenig Bewegung, also wirklich wenig, wenig Bewegung hier auf dem 4-Stunden-Chart. Wir sehen auch hier keinen wirklichen doppelten Boden. Der Downtrend wurde erstmal durchbrochen. Können wir erstmal rausnehmen. Auch kein wirkliches potenzielles Breakout, weil wir hier auch wieder kein Handelsvolumen im Markt hatten. Also kein wirkliches Kaufvolumen, was hier reinkommt. Ansonsten, erste Widerstandszone würde ich sagen, ist der Bereich hier um 7,70 Dollar. Was haben wir hier? 7,70 Dollar. Wo auch dann der Manflippi wird bei ungefähr 8 Dollar liegt. Plus, wir ziehen uns jetzt auch hier mal ganz kurz das FIP-Level zur Bestätigung. Schauen wir uns dann auch mal an. Passt auch perfekt hier die 7,70 Dollar mit unserem Golden Pocket überein. Die Frage ist, kriegen wir jetzt wirklich im Laufe des Tages noch diesen Pump zusammen, weil Bitcoin und Ethereum halt eben jetzt schon an diesem Widerstandszone sind. Ich meine, 21k sind noch ungefähr 600, 700 US-Dollar. Wo wir pumpen könnten, könnte auch noch die Altcoins mit nach oben ziehen. Risiko wäre mir persönlich aber zu hoch, jetzt noch in irgendwelche Altcoins reinzurennen. Aufgrund der Widerstände, die bei BTC und ETH einfach folgen, sowieso Altcoins wirklich ein bisschen vorsichtig sein, da jetzt noch in irgendwelche Trades reinzuspringen. Dann eher ein mögliches Short-Setup, wo wir uns dann in den nächsten Tagen auf jeden Fall angucken könnten, dass wir hier zum Beispiel Short gehen, beziehungsweise dann mit Stop-Loss über den Manflippi wird. So, dann Algorand, gleiches Spiel, hier sind wir leider ein bisschen tiefer gekommen, also wir sind nicht direkt am Golden Pocket gebaut, sondern wir sind noch ins 0786er gekommen. Gut, aber ich würde sagen einigermaßen noch in oder war Lieder, je nachdem wie wir sagen können, aber gut. Schauen wir mal, ob wir hier noch einen Pump kriegen. Schauen wir mal auch hier mit dem Fibonacci Retracement Level, ob sich hier irgendwelche Zonen ergeben, wo wir uns momentan befinden, am 05er. Also auch hier haben wir noch etwas Luft, plus 200er SMA auf dem 4-Stunden-Chart, der jetzt auch dem Golden Pocket näher kommt, plus Manflippi wird zwischen dem 0618er und 065er und 0786er, also zwischen dem Golden Pocket und dem 0786er. Wirklich, wirklich aufpassen, hier könnte sich da ein schönes Short-Szenario jetzt auch in den nächsten Stunden oder Tagen auf jeden Fall auf uns zukommen. Stop-Loss auf jeden Fall über dem 0786er, aber ich denke, wir drehen viel, viel früher vor dem 200er SMA und versuchen dann hier nochmal vielleicht einen doppelten Boden zu bilden. Short-Risk-Risiko können wir uns nochmal ganz kurz angucken, was hier für ein Risiko bestehen würde, sollten wir kurz vor dem Golden Pocket gehen, bis über den 200er SMA bzw. 0786er, 4,5%. Man kann vielleicht die Orders ein bisschen noch anders legen, dann verringert man noch ein bisschen das Risiko, aber das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, die wir uns dann angucken könnten. Soviel dazu, jetzt zu den News, Bitcoin-Adressen mit Verlusten erreichen Allzeithoch. Auch schon, haben glaube ich auch schon viele mitbekommen, aber gut, bei den Kursen ist es nicht verwunderlich, dass viele im Minus sind, auch aufgrund dessen, weil es ja immer hieß, wir sind noch nie unter das alte Old-Time-High gefallen, wir werden länger als vier Jahre hält, bla 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 und so, ihr wisst, was ich meine. Aber gut, lässt sich nicht vermeiden, trotzdem gilt, HODL, HODL, HODL. Soviel zu mir, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall wieder, wenn ihr irgendwelche Alt-Comments habt, wie gesagt, schreibt es unten gerne in die Kommentare rein, schauen wir uns dann im Laufe der Woche weiterhin an und dann würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, wir hören uns auf jeden Fall dann morgen wieder, wenn es irgendwas Neues gibt, halte ich euch in der Telegram-Gruppe auf den Laufenden, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wir hören uns morgen wieder, bis dahin, ciao, Stay Crypto!